Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Sabrina und heute möchte ich mit euch zusammen die Glossy Box aus dem Monat Juli auspacken. Es ist eine Schatzkiste. Und nicht mal mit Deckel, sondern diesmal klappt man sie so auf. Wow! Das Heftchen. Ja, so. Jetzt richte ich mal so ein bisschen aus dem Video weg. Von Grace & Stella, Down for the Peel. Ich denke mal, genau, das ist so eine Peeling-Fußmaske. Ganz praktisch wollte ich jetzt eh, jetzt wo es auf den Sommer zugeht, mal wieder eine benutzen. Die zieht man sich dann an und danach spült man es ab. Ich weiß nicht, die sind unterschiedliche, wie lange man sie drauf lassen soll. Und dann nach ein paar Tagen fängt sich dann an, alles zu pülen. Die Hornhaut an den Füßen. Vor allen Dingen, wenn man vor hat, wegzufahren, man sollte das schon ein paar Wochen eher machen, weil das noch eine ganze Weile mal so ein bisschen nachschubbt. Dann haben wir hier ein, von Bruno Banani Woman, ein Eute-Toilett-Saché-Pröbchen. Dann haben wir von, was bist du, Yves Rocher, Pur-Alge, Freien-Ein-Marine-Make-up-Entferner-Gelais. Mit Mikro-Algen für alle Hauttypen. Entfernt sogar wasserfestes Make-up, reinigt und belebt Gesicht und Augenpartie in nur einen Schnitt. Die ultrafrische Jelly-Textur lässt die Haut atmen. Ergebnis reine und strahlende Haut. Morgens und abends auf die angefeuchtete Gesicht- oder Augenpartie auftragen, sanft einmassieren, dann abspülen. Dann abspülen. Formel unter dermatologischer, ophthalmologischer, 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 aufsicht getestet. Ja, weil ich finde es immer praktisch, wenn man da gleichzeitig für Gesicht und Augen, habe ich lieber. Dann haben wir hier von, 8x4, Vibrant Flower, ein Deo-Spray. Dann haben wir von, mhm, Urika. Ist immer schön, wenn das dann so hell ist und dann mit sowas hellem geschrieben. Das kann man ja glauben. Kaum lesen, was das ist. Aura-Body-Fragans-Mist. Kann man auch mal kurz ins Heftchen auf die Seite mal blättern. Das ist so. Da, hier haben wir es. Aura-Body-Fragans-Mist. Sprüht dieses Alkohol- sowie tierversuchsfreie, vegane Body-Mist Summer Vibes pur. Sprühe sie dir einfach auf die Haut und genieße die duftende Wolke, die dein Body zart umhüllt. Okay. Ach, und hier sind dann gleich auch die Peeling-Socken. Klappen wir es mal wieder zu. So. Und als letztes Produkt haben wir von Bella Peer Cosmetics Ultra Glow Highlighting und Bronzing-Palette. Tadam. Ja, doch. Machen wir mal ein paar Swoochies. Eins, zwei, drei, vier. So. Klappen wir dich mal zu. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Hm. Doch. Schöne Farben. Kann ich auch schön praktisch zum Mitnehmen. Doch, gefällt mir. So, und das war es auch schon wieder. Ja, Schatzkiste ist leer. Aber doch. Diese Aufmachung könnten sie ruhig öfters mal bringen. Gefällt mir. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabrina. Tschüss. Wo viel hooco da drinnen. Jeuer, du wardırst undorous. Mehr vier, wirklich dafür.